Am Montag war für das Lausitzer Technologiezentrum im Hoyerswerder Industrielände ein besonderer Tag. Seit 1992 steht das Team der Einrichtung mit viel Engagement im Dienst seiner Kunden und Geschäftspartner. Im 25. Jahr seines Bestehens wurde mit der Kick-Off-Veranstaltung Transfer eine neue Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen. Themen des Tages waren unter anderem digitale Meilensteine, Kundenerwartungen im digitalen Wandel und die Macht der Werbung, der digitale Weg zum Kunden.